Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Unbox-Video. Heute für die Lootbox im schönen Monat Februar. Wie immer kostenlos zur Verfügung gestellt von unseren lieben Freunden von getdigital.de. Schaut gern mal beim Link in der Videobeschreibung vorbei, ganz ganz viele tolle Sachen auf der Website zu finden. Und wir haben das erste gute Stück hier heute schon liegen, Freunde, von Dragon Ball. Nice, schöne Anime-Kiste am Start, wunderbar. Aber bevor wir das allerdings auspacken, wir haben heute eventuell ein paar Störgeräusche im Hintergrund. Es gab gestern Bohneneintopf und Cherun sitzt neben mir. Kann also sein, dass da ein bisschen abgeknattert wird. Tatsächlich ist es so, dass die Nachbarn renovieren oben. Und ich weiß nicht genau, ob die da Inliner irgendwie fahren auf dem Parkett oder so. Aber es ist alles ganz ganz unangenehm. Ich hoffe, es hält sich jetzt in Grenzen. Und damit wir auch gar nicht in Verzug kommen, was die Zeit angeht, schauen wir uns mal an, was hier drin ist. Und während ich das auspacke, sei natürlich nochmal erwähnt. Da wir diese schönen Sachen kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben, läuft das Video unter Hashtag Sponsored bzw. Hashtag Werbung. Ist das Son Goku in einem Pokéball? Habe ich hier irgendeine Franchise-Vermischung nicht mitbekommen? Habe Angst vor diesen Dingen. Die erinnern mich an die gute alte Kaugummi-Automatenzeit. Edle Visionäre werden sich erinnern. Ach so, gucke. Und der Ball ist nochmal extra verklebt. Jetzt ist natürlich die Frage, schaffe ich das, den aufzubekommen? Und können wir Son Goku dann mit Donnerblitz beschwören? Oh Gott, das ist ganz ganz schlimm. Das ist ganz ganz schlimm, Freunde. Das war auch früher am allerschlimmsten, wenn man eben wirklich Spielzeug bekommen hat. Und ich hatte es da sehr einfach. Denn wenn meine Oma nicht von der Grundschule abholte, dann führte der Weg zu ihr nach Hause an einem Spielzeugladen vorbei. Das heißt, ich hatte immer alles. Auch wenn Mutti gesagt hat, nee, das darf der Knabe nicht bekommen, hat Oma natürlich gesagt, komm, doch. Und wenn man dann so Spielzeug hatte, gerade auch diese ganzen so Schleimtiere oder diese Dinger, war ja auch mal in einer Hype-Phase, die man in die Badewanne geworfen hat. Und dann sind die durch das Wasser so aufgequollen, immer größer geworden. Und die waren manchmal auch so gesichert, dass du dachtest, Junge, packe ich hier gerade irgendein, weiß ich nicht, Bionic-Bonustierchen für die Badewanne aus? Oder habe ich doch irgendwie Uran erworben? Ah ja, aber mit der Macht dieser schönen Geschichte haben wir es hinbekommen, Leute. Ist das zum Aufbauen auch noch? Es ist deutlich kleiner, als ich erwartet habe, Freunde. Ein Satz, den ihr hoffentlich sonst niemals hören müsst. Aber ich bin leider verwirrt von dem, was ich insgesamt so sehe. Ist noch was drin? Ah ja, wir haben noch mehr. Einen Zettel. Schön. Ein formschöner Zettel. Okay, ich habe was gänzlich anderes erwartet, muss ich ehrlich sagen. Wir haben hier ganz, ganz viele tolle Beschreibungen. Ah ja, und hier haben wir noch mal die Auflistung. Okay, Goku und Freezer. Freezer und Goku. Alles ist möglich. Hier oben ist unser Boy, an den ich leider keinerlei Erinnerung habe. Jason Junior. Jason. Ja, er musste gerade an was anderes Witziges denken. Gohan hier unten. Ah, schön. Gohan und Piccolo. Da habe ich sogar noch eine Kassette für, Freunde. Kassetten. Ja, für einen Rekorder. Herrlich. Okay. Ist jetzt weniger ikonisch, weniger groß auch. Wir packen es mal richtig aus, dass wir das nochmal sehen. Wir haben jetzt quasi hier Piccolo. Kann das sein, dass ich das richtig gesehen habe? Als so gläsernes Figürchen. Ein bisschen durchsichtiger hier. Sehr schön. So Eisskulptur. Diese Arme sind auch nicht ab. Ich wollte gerade sagen, wo sind die Arme hin? Nein, die hat er nur verschränkt. Eigentlich ganz cool. So dieses Layout, wenn man es denn so nennen möchte. Diese Darstellung feiere ich. Und hier haben wir dann den roten Kollegen. Beide auch zum Hinstellen. Beide dann auch natürlich in Beziehung zu setzen. Hintereinander, nebeneinander, gegeneinander und so weiter. Hier hinten auch nochmal in der Friese. Zum Fixieren dann auf dem Podest. Nice one. Nice one. Nice one. Ja, ich habe leider keine große Beziehung jetzt zu diesen Figuren explizit und dieser Szenerie. Ansonsten wäre ich bestimmt ein bisschen gehypter. Habe jetzt halt mit schön Goku, Super Saiyan 4 gerechnet. Weiße, boah, junge Abfahrt. Schön die rote Fellphrase und so. Aber die Phrase war ja gar nicht rot, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen hat es mich jetzt nicht ganz so abgeholt. Aber ich mag die Darstellung an sich doch ganz gern. Und ich gucke ja dann immer gegenüber einfach in mein One-Piece-Figuren-Regal. Und überlege dann auch immer, ja, hättest du dir das geholt, wenn das jetzt Zorro gewesen wäre oder Ruffy in dieser Form, ja? Die Antwort ist ja, Leute. Die Antwort ist ganz einfach. Ja, was ist hier noch? Irgendein Extracode? Ne, Goku gegen Freezer. Ja, da sind eben einige der Figuren einfach eingefreezed. Wunderbar. Interessante Nummer vorne. Dragon Ball ist einfach schön, tatsächlich auch davon mal wieder was in der Hand zu haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Zumal ja momentan so ein großer Hype ist mit alten Anime-Sachen, so Pokémon, Yu-Gi-Oh! Karten und so weiter, ne? Haben wir uns auch ein bisschen anstecken lassen, mal den Keller durchkämmen, so ein paar ältere Sachen gefunden. Und da ist es immer ganz geil, dann einfach sowas zu sehen, wie so eine Wundertüte eben. Was ja diese Lootbox letztendlich auch immer ist, ne? Lass ich das da so liegen. Es sieht so unaufgeräumt aus, ne? Es sieht aus wie Müll. Das ist es ja nun wirklich nicht. Dann packe ich es erstmal wieder schön zusammen und lege es woanders hin, Freunde. Und wir ziehen das nächste Goodie. Und das nächste Goodie, oh, das wiegt aber hier eine halbe Tonne, Freunde. Da muss ich ja aufpassen, dass hier nicht meine ganze Konstruktion gleich zusammenkracht. Oh, oh, oh. Es ist wieder was Großes. Und es hat wieder mit Wasser zu tun. Get digital. Da sind sie wieder, unsere guten Freunde. Wasserkaraffe. Spülmaschinen geeignet. Das ist erstmal super. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist auch gut, das da drauf zu schreiben. So Selbsttest ist dann immer eine gefährliche Geschichte bei solchen Sachen. Und ich bin durchaus Fan von den Teilen. Da haben wir ja ganz viele verschiedene schon ausgepackt. So Karaffen oder irgend solche anderen an Erlmaierkolben und sonstige chemische Sachen angelehnte. Glas, Kanister möchte ich sie fast nennen, ja. Riesige Teile, irgendwelche Ölfläschchen und so. Also da sieht meine Küche mittlerweile auch aus wie so ein Chemielabor. Muss ich aufpassen, ne. Wenn die Polizei vorbeifährt, man in die Küche guckt und sich denkt, ah, Walter White, bist du's? Wer weiß, was die so denkt, ne. Die Polizei als Einheit natürlich, als Schwarmbewusstsein. Ja, das ist auf jeden Fall auch wieder eine schöne Karaffe. Ich gucke mal, ob ich die gerade aufbekomme, liebe Leute. Und, ah, die wiegt auch gut was, ne. So Glas ist ja auch nicht zu unterschätzen. Jeder, der schon mal umgezogen ist und dann, oder beim Umzug geholfen hat und dann so einen ganzen Container, so eine ganze Banankiste voller Glasgelöt schleppen darf. Dann am besten noch das gute, geerbte Glas von Oma, ja, handgefertigt und so. Junge, Junge, da hebst du dir auch einen Bruch, ne. Einen nach dem anderen. Ja, und wir sehen auch in meinen Gorilla-Pranken, da passt gut was rein, ne. Also wer Fan von solchen Geschichten auch ist, bisschen Chemie-Späßle mit dabei, kann man auf jeden Fall machen. Und muss ich sagen, bin ich erstmal Freund von, darf man halt nur nicht übertreiben, ne. Alles so in Maßen und bei mir ist ja nur alles schon voll mit irgendwelchem Nerd-Kram. Wenn ich jetzt noch mit Chemiker-Gelöt anfange, Freunde, dann bin ich aber nur so kurz, so kurz hier davon entfernt, ein verrückter Wissenschaftler zu werden. Und das würde uns, glaube ich, allen nicht gut tun. So, ich stelle das mal katzensicher auf. Zumindest versuche ich es. Wahre Katzenbesitzer wissen, das Wort katzensicher existiert nicht. Zumindest nicht für die Katze. Und dann haben wir noch etwas sehr Schönes und zwar ein Shirt. Natürlich, bin immer noch großer Fan von den Shirts, muss ich sagen. Und mein Schrank freut sich auch, ne. Die Waschmaschine auch, so viel Neues zu tun. Es fühlt sich ein bisschen anders an, als die bisherigen, muss ich zugeben, wo ich gerade davon spreche, wo wir auch beim letzten Mal über die sehr, sehr nice Qualität gesprochen haben. Fühlt sich das ein bisschen anders an. Nicht billiger oder so. Jetzt auch nicht unbedingt hochwertiger, aber da kann ich euch sowieso nicht viel von erzählen. Bin jetzt kein Shirt, Baumwoll, Polyester, was auch immer Experte. Es ist nur ein bisschen anderes Feeling. Aber vielleicht habe ich auch länger einfach kein Shirt in der Hand gehabt, Freunde. Ja, Nudisten-Osten-Verein hier. Sehr schön. Und das ist Pac-Man. Ja, die Geister von Pac-Man. Und ist das so eine Falle von Ghostbusters? Könnte das sein? Und da ist eben einer der Geister drin gefangen. Er sieht nicht mehr ganz so gut aus. Diese gekreuzten Augen heißen, glaube ich, sehr selten, dass es dem Kollegen gut geht, dass der wohl auf ist. Der Rote denkt sich auch, Bro, kriege ich noch deinen Steam-Account? Oder kannst du mir noch die Daten geben? Du brauchst ihn ja nicht mehr. Und ist natürlich ein stabiler Gag bei Pac-Man. Wissen war, muss man von den Geistern fliehen. Es sei denn, man sammelt eben so ein Special-Item ein. Dann kann man die kurz jagen, muss die fressen. Und hier in dem Fall hat er leider anders sein Ende gefunden. Sehr nicer Gag. Diese verschiedenen Ebenen, die in den Shirt-Gags häufig zusammenkommen. Letztens hatten wir das mit den Poker-spielenden Hunden und so weiter. Oder wo die verschiedensten Geisterjäger von den Ghostbusters und Scooby-Doo mit der Mystery Machine. Und die Boys von Supernatural und so zusammen unterwegs waren. Das ist immer eine sehr coole Sache. Sehr, sehr cool. Kann ich das Shirt hier liegen lassen? Es wirkt immer alles sehr unaufgeräumt, oder? Ist eigentlich egal, was ich hinlege und was nicht. Es bleibt nicht zerliegen. Einfach, weil wir es können, wisst ihr, einfach um zu re-presenten. Wir haben etwas Schönes, frisch aus Hogwarts, Leute. Harry Potter, der, glaube ich, immer noch nirgendwo kostenlos zu sehen ist. Ich glaube, bei Amazon muss man kaufen oder leihen. Und bei Disney Plus war, glaube ich, auch noch gar nichts. Und keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Verträge sind. Gefühl kommt ja jeden Monat irgendeine neue Serie auf jeder Plattform. Und irgendwie ändern sich die Verträge. Und dann hat Netflix wieder Hobbit 1 und 2 und Amazon dann nur Teil 3 und andersrum. Und ich bin verwirrt von allem. Aber Harry Potter hätte ich auch mal wieder Bock zu gucken, muss ich zugeben. Zumal da ja auch ein neues Game kommen sollte, oder? Irgend so ein RPG, Hogwarts-Gelöte. Ich weiß nur leider nicht mehr, ob fürs Handy oder nicht. Und das sind wieder so sehr verniedlichte Figuren. So richtig schön zusammengedrückt. Und wir haben, oh, wir haben Hedwig, Leute. Wir haben einfach Hedwig. Kann ich den auch auspacken? Wartet mal. Muss man ja heutzutage auch fragen. Je nachdem, Freunde, wo man ist, sollte man immer gucken, ob man diese Frage auch stellt. Hallo, darf ich ihn auspacken? Ja, das kann wirklich zum Verhängnis werden. Ach toll. So ein kleiner zusammengedrückter Hedwig, Leute. Der ist ja klasse. Den finde ich richtig gut, muss ich sagen. Also das ist jetzt so ein Modell, wo ich echt sagen muss, ja, da gefällt mir diese verniedlichte, zusammengedrückte, runde Art sehr, sehr gut. Den werde ich mir auf jeden Fall auch hinstellen. Wenn ich schon nicht viel von Harry Potter verstehe, weil ich jetzt nicht so der Deep-Dive-Fan bin, ey, weil es natürlich schon, was da abgeht, aber dann muss ich sagen, Hedwig ist natürlich die Nummer eins, ne. Schuhu, Schuhu und so, ein bisschen Rollenspiel hier. Schon mal warm machen für die Eule, denen ich vor allem, die ich demnächst in WoW leveln will. Vielleicht lerne ich vorher auch noch ein bisschen Grammatik, was die Eulen betrifft. Dann funktioniert das alles viel besser, ey, das ist toll. Hier, guck mal, wir haben gleich ein Nest für Hedwig. So. Ha. Ist das doof. Feier ich. Bin ich total super. Hab letztens auch so ein Game gesehen auf Twitter und zwar so ein Post-Office, das ist einfach ein Postbüro quasi, wo man arbeitet und so Briefe, Stempelmoos und die Adressen eben eintippt und so weiter. Ja, und es war normal großes Postbüro und gearbeitet haben da zwei Kiwis. Also nicht die Früchte, sondern die Vögel und die mussten dann quasi auf diesen Tasten gemeinsam rumspringen, um die Adresse einzugeben und den Stempel dann so hoch hieven auf den Brief und so und dachte ich auch, ey, das ist so bekloppt. Ich hab eigentlich überhaupt keinen Bock auf das Gameplay, aber das ist insgesamt so blöd, ich muss das spielen. Ja, am besten im Koop, schön. Total doof halt, ne, hab ich Bock drauf. So, Freunde, Freunde der Sonne, Freunde der See, Freunde der Grammatik, ich greife mal ganz weit hier in die Kiste, oh ja, muss ich aber weg vom Mikro, holla, da musst du ja fast eine Reisegenehmigung hier beantragen, so weit musste ich weg. Was haben wir denn hier? Och, auch noch, da sind ja heute aber, Freunde, Spitzenklasse-Items mit Spitzenklasse-Marken drin, also ist natürlich immer der Fall, aber hier ist ja heute bam, 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 Schlagaufschlag in die Phrase, ne, G.O.T., hier schöne eiserne Thronen und das sind Schottgläser, oh, das ist ja toll, mit den Hauszeichen hier wieder, ne, oh, das ist ja super, hier müssen wir auch auspacken, Freunde. In letzter Zeit müssen wir auch immer auspacken, ne, es gab eine Zeit, da hab ich geunboxt, hab gesagt, hier sehen wir, müssen wir nicht auspacken, aber heute alles anfassen, wie in der 1 Spongebob-Folge mit der Messe, ne, Giesel, Herr Qualle, ich muss ihn berühren, genau so ein Ding ist das nämlich, ach, toll, Freude, Schottgläser, ja, super, G.O.T., auch recht gut verarbeitet, ne, man kennt das ja, dass man die Dinger mal irgendwie für 2,99 bei Ebay schießt, dann kommen die nach sieben Monaten an und hier ist alles so verwischt oder ein Rechtschreibfehler drin, aber das ist hier nicht der Fall, sieht sehr gut an, fühlt sich, äh, auch gut an, hab ich gerade gesagt, sieht gut an, Freunde, Grammatik ist heute im Urlaub, ich kann's nicht ändern, Hedwig hat das alles absorbiert, das ist die Todeseule, keine Ahnung, aber fühlt sich gut an, sieht gut aus, find ich toll, Lannister-Löwe hier mit am Start zum Beispiel, und da muss ich sagen, super Sache, ja, mal schön einswitschern, Leute, auf ganz entspannt, natürlich auch bewusst nur in Maßen, da sind wir wieder, aber da muss ich sagen, da freu ich mich sehr drüber, weil ich hab ja auch so ne, so ne Regalmischung irgendwie Anime-Figuren, WoW-Stuff, Blizzard-Geschenke und eure Geschenke und Suff, das ist so, was in meinen Regalen zu finden ist, ne, und da ergänzt sich sowas natürlich wirklich großartig, kann ich die hier mit Ihnen stellen oder wirkt das auch versoffen? Ja, sieht man zum Glück gar nicht, ne, sieht man nur so ein bisschen Reflektion hier vom schönen Monitor-Hintergrund, Leute, ich sage Monitor, nicht Desktop-Hintergrund, aha, gegen Mainstream, ihr wisst bescheid. Ja, so, wir haben außerdem, Leute, so viele schöne Sachen hier heute, was haben wir denn noch? Kann ich das erraten, wenn ich von hinten drauf schaue, erkenne ich da irgendwas? Das ist ja auch wieder Harry Potter, oder? Das sind doch die anderen Kollegen hier von seltsame Boys und wo sie zu finden sind und so weiter. Lass mich das mal gerade auspacken. Ja, Grindelwald, Grindelwalds Verbrechen, da gab es doch auch irgendwie riesen Skandal, oder? Das sollte doch Johnny Depp erst machen und dann nicht und hin und her und ach und den ersten habe ich irgendwie mal angefangen, bin dann abgestorben vor 10.000 Jahren, dann wollten wir es immer mal zusammen gucken und dann gab es aber irgendwie nur den zweiten und nicht den ersten, wow, holla, fast wie ganz das Tisch zerlegt, Leute. Und ja, dann hatten wir irgendwie keinen Bock mehr. Insofern steht der auch noch ein bisschen aus. Wie war das normal mit? Ich weiß nicht, dass hier alles so zugemüllt ist. Oder stabliche das Plastik neben den schönen Sachen, Leute. Es ist zum Verrücktwerden, ne? Ich würde gerne noch mehr auspacken, aber dann könnte ich vermutlich durch Müll in meiner Wohnung schwimmen, von den ganzen Verpackungen her alleine, ne? So, Freunde, damit ihr auch wieder was seht ihr und nicht nur den Verpackungs-ASMR-Geräuschen lauschen müsst, reißen wir jetzt hier die Pappe kaputt, als wären wir ein brachialer Berserker und freuen uns dann auf die großartige, äh, großartige, äh, ikonische Figur, die wir alle kennen und lieben, die sich hier drin verbirgt. Und jetzt ist da Goku drin. Da ist jetzt mein Super Saiyan. Ah ja, gucke, wo wir gerade von Müll sprechen. Noch mehr Plastik. Die klassische schwarze Tüte, die wir aufreißen, ja, und drinnen ist, wer wird es sein, Freunde? Es ist natürlich, oh, wer ist denn das? Also da bin ich schon mal sehr happy, Leute. Guckt mal hier. Wenn das nicht geil ist, oder? Wenn das kein Sinnbild ist, dann kann ich euch ja auch nicht helfen. Wer bist denn du? Ich hab keine Ahnung. Steht das hinten drauf zufällig? Ne, da steht eins von 24. Aber es ist sehr niedlich. Mit einem, äh, großen Kristall. Erinnert mich ein bisschen an Zubiris, hieß es, glaube ich, ne? Von Pokémon. Mit der Mega-Entwicklung. Aber ich glaube, das ist es nicht. Dazu ist es ein bisschen zu beharpt. Aber, Freunde, rein figurentechnisch haben wir hier wohl das süßeste Los von allen gezogen heute. Das ist ja, das ist ja famos. Da müssen wir ja diese Schätze unserer Muttersprache mal zutage fördern, oder? Mops fidel und famos fühle ich mich, wenn ich das sehe. Okay, sehr schön. Und jetzt weiß ich auch, dass ich den Film doch nochmal sehen muss. Haha, ist das toll. Ich freue mich gerade über die Figuren. Hätte jetzt doch irgendeinen Typen ziehen können, den keiner leiden kann und den ich nicht mal kenne. Aber ich glaube, bei den beiden kann man sich sicher sein, dass das erstmal ein guter Draw, ein guter Pull war, was das betrifft. Ja, nice, ich freue mich. Ach, schön. Und damit wir nicht völlig gleich alles wieder ad acta legen, ist es auch schön verarbeitet. Guckt mal die Details hier wieder bei den Haaren. Das ist nicht einfach hingeschissen oder mal eben mit einem Pinsel irgendwie von blinden Kindern handbemalt worden, sondern das hat wirklich Struktur, das hat Substanz, das fällt auch nicht auseinander. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache, weil wir wissen, bei so kleineren Figuren ist es immer sehr, sehr schwierig. Da sehen die Gesichter gerade von einigen manchmal auch so, Junge, wir haben letztens auch so ein Yu-Gi-Oh! Brettspiel im Rahmen unserer Keller-Aufräumaktion gefunden. Da waren auch so Joey Wheeler und Setu Kaiba und Yu-Gi und so als Figuren dabei. Und umso näher du rangegangen bist an diese kleinen Spielfiguren, umso schlimmer wurde das Trauma. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist hier nicht der Fall. Ich meine, damals vor zehn Jahren oder schon länger her war das natürlich mit der Technik auch noch ein bisschen anders. Aber es ist schön, dass es hier einfach nice ist. So, Punkt, Freunde. Was haben wir noch? Wir haben noch unsere ominöse braune Tüte. Und da ist diesmal, oho, Freunde, ich habe einfach Balls, ne? Das muss man einfach auch mal so sagen. Da sind einfach Balls drin. Mit süßem Pulver. Das ist schön. Hört Sheru in mich? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, Schatz, möchtest du meine Balls sehen? Guck mal. Ja, nimm sie bitte. Guck sie dir bitte an. Dankeschön. Du hast den Anfang vom Video nicht gehört, ne? Doch, doch. Ich habe das nicht bekommen. Oh, okay. Dafür kriege ich noch richtig aufs Maul nachher, Leute. Wir haben... Dankeschön. Sheru kostet gerade die Balls und berichtet dann vom Geschmack. Sie sehen sauer aus, würde ich sagen. Nicht? Das Außenmedäne ist nicht. Okay. Aber die Ballsfüllung, Freunde, die könnte sauer sein. Ja, saures Pulver, Strawberry Taste steht drauf. Erdbeergeschmack mit Brausepulver. Das ist geil. Das hätte ich mir als Kind komplett reingepfiffen. In einem Zug. Aufgerissen, alle Balls ins Maul. Grüße an Mr. Eyeballs an dieser Stelle. Und Shoes Your Weapon, das sind die ganzen Pen & Paper Würfel. Haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Habt ihr auch ganz viele tolle Kommentare zugeschrieben. War super spannend. Und was es da eben alles gibt. Ja, auch an Shops und wie die Würfel aussehen und wie viele Seiten und wie die heißen und crazy. Ist natürlich ein geiler Sticker. Grüße gehen raus an den zwergischen Lord. Wähle deine Waffe, Freunde, um dann richtig zu eskalieren. Sehr schön. Jetzt sieht es auch hier vom Gesamtambiente her besser aus. Mehr ist nicht drin, aber ich bin begeistert, Alter. Da war ein Mega-Gag drin und ein toller Aufkleber. Also gerne mehr braune Tüten. Ich habe aber noch was ganz Schlimmes gesehen, Leute. Ich habe noch was ganz, ganz Schlimmes gesehen. Lass mich gerade alles auspacken. Wir haben... Oh, das wiederum ist schön. Wir haben ein Loot-Malbuch mal wieder. Das ist super. Mit den Maskottchen. Kann euch immer nur empfehlen, den guten Leuten auch auf Insta zu folgen. Viele tolle Posts, Ankündigungen und vieles, vieles mehr. Und sicherlich werden uns hier die Maskottchen auch wieder, ja, durch bunte Welten begleiten. Vorne gerade in chaotischen Zeiten. Also ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die auch wieder mehr puzzeln, mehr ausmalen und so. Ja, und einfach um mal runterzukommen. Sich solchen ganz entspannten Sachen wieder widmen. Und hier kann man ausmalen, wie Cthulhu verfolgt wird von Mega-Glurak, während sie Quidditch spielen. Vorne, und wenn das nicht das Maß der Entspannung ist, dann kann ich euch wirklich auch nicht helfen. Also auch hier wieder ganz, ganz interessante Sachen, ja. Und die Kreativität dieses Teams, die kennt wie immer keine Grenzen. Wir haben hier unser Heftchen, wo drin steht, was wir alles hatten. Und vorne dann, dann haben wir hier ein Witzebuch. Ein Witzebuch. Oh mein Gott. Wir werden einen solchen Witz jetzt gemeinsam genießen. Achtung. Ich muss kurz anmerken, warum sind sie sehr sauer? Sie sind sehr sauer? Okay, Sharon weint schon in freudiger Erwartung auf den Witz. Ja. Hier ist Hedwig, er wird dich retten. Nein. Bitte schön. Danke. So. Dein Mann ist ja ganz heiser, sagt Frau Müller zu ihrer Freundin. Das hat er sich am letzten Wochenende im Gebirge geholt, antwortet diese. Er wollte beim Echo das letzte Wort haben. Ha. Ja, was haben wir Tränen gelacht, liebe Leute. Ach toll. Ich habe neulich mal überlegt, ob wir sowas im Stream einbetten und für die Kanalpunkte auf Twitch dann einfach für 100.000 oder so einen geilen Witz zum Besten geben. Karin soll Buttermilch trinken, die ihr nicht schmeckt. Sie mault, Mami, ich mag keine Milch von unreifen Kühen. So, und das sollte uns allen zu denken geben. Oh Mann, Freunde, crazy Witzebücher. Wird das wirklich noch gekauft? Ich kenne das von früher. Ich habe, glaube ich, auch noch 30 davon im Schrank. Von den besten DDR-Witzen bis zu den besten Otto-Witzen oder wie auch immer. Das ist ja crazy. Diese Box heute war anders großartig. Ja. Das ist ein Stempel, Leute. Diese Box ist ja wirklich anders großartig. Hedwig ist ein Stempel. Oh mein Gott, das mache ich jetzt bei allen Steuerdokumenten, wo Unterschrift steht. Mache ich nur diesen Stempel drunter. Mit besten Euren Grüßen. Ach toll. Ja, kein Wunder, dass ich so verhext war. Es ist ein Stempel, Leute. Ich raste aus. Gut, dass ich den hier aufgemacht habe und hier überall. Lulululululu. Sehr schön. Ja, anders großartige Box. Tolle Sachen drin. Halb nostalgische Reise hier heute. Wir blättern nochmal ganz schnell durch unser Heftchen. Ansonsten vorne Link in der Videobeschreibung nicht vergessen. Tolle Boxen, tolle Angebote. Auch Solo-Zeug zu kaufen. Von der Maske bis zum Shirt. Gibt es da ganz, ganz viele tolle Sachen zu sehen. Die Schottgläser mit dabei. Wunderbar. Bisschen Schnappes. Fantastische Tierwesen. Harry Potter. Jawohl. Die Balls aus den Niederlanden. Ah, gucke. Die Niederlande haben Eier. Dann hier oben unsere Figuren. Ein Aufkleber dabei. Wollen wir bei Dragon Ball nochmal reinlesen? Blindback Minis. In Dragon Ball Z muss Son Goku die Erde gegen alle mächtigen oder möglichen Shorken verteidigen. Seine unglaublichen Kräfte lassen vermuten, dass er vielleicht der legendäre Super Saiyajin sein könnte. Im Kampf gegen den Tyrannen Freezer zeigt Goku, was er kann und steigt zum Super Saiyajin auf. In deinem Blindback findest du eins von acht Paaren der mächtigsten Kämpfer aus dem Dragon Ball Z-Universum. Coole Nummer und wir hatten außerdem, außerdem, außerdem auch eine Upgrade-Möglichkeit in der nächsten Box. Oh, GOT-Upgrade, auch cool. Und hier hätten wir noch etwas von DC haben können. Die Boxen kann man ja immer mit oder ohne Upgrade. Das war doch unter uns, Heinrich, sie das Auspacken immer mal verteilt. Das ist auch super spannend. Kann man sich dann zurechtlegen, wie man möchte. Schöne Sache. Hier noch ein paar Fakten drin. Sauber, Freunde. Da kann man einiges an Zeit investieren und wirklich schön verbringen mit diesen Boxen, mit den Inhalten. Zu malen, lesen, basteln und Spaß haben. Es war mir wieder ein Fest in diesem Sinne. Hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt. Und bis dahin, bleibt gesund, immer schön stempeln und bis zum nächsten Mal. Schau's.